Seid ihr eigentlich Windows-Fans? Die Frage nach dem Betriebssystem, was man benutzt, wird ja bei manchen Informatikern oder auch bei manchen anderen, die sich vielleicht so einer Nerd-Sphäre so ein bisschen zugehörig fühlen, fast wie eine Religion gehandhabt oder sogar schlimmer. Also es sind richtige Glaubenskriege, die da mitunter aufkommen. Ich halte davon nicht viel, denn das ist nicht notwendig. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Oft ist es sich auch ziemlich ähnlich und vor allen Dingen finde ich es auch oft sehr interessant einfach, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und darum soll es in diesem Video gehen, was man im Zusammenhang sehen kann mit meinen Videos über Computergeschichte. Wenn ihr die nicht kennen solltet, schaut ruhig mal rein und guckt euch da an, was ich so über die User-Interfaces und die Entwicklung der User-Interfaces da erzähle. Das geht viel weiter als das, was ich hier heute sage. Es fängt also wirklich an mit frühen Computern und endet dann mit heutigen, ja, vernetzten Computern. Und ich erzähle da an vielen Stellen, dass die Betriebssysteme heute häufig noch Eigenschaften haben und die man auch erkennen kann, die man auch erforschen kann und so richtig herausarbeiten kann. Eigenschaften, die ihnen von früheren Systemen, ja, zugekommen sind. Hier möchte ich das mal zeigen an Windows und ich komme auf die Frage da zurück. Windows-Fans, bin ich denn eigentlich ein Windows-Fan? Ich würde sagen, in gewisser Weise schon. Ich bin zwar seit vielen Jahren Apple-Nutzer. Vor mir steht ein MacBook und hier links ist noch eins und hier so ein Mac Mini und auch ein iPhone. Also ich bin durchaus veräppelt und habe viele Apple-Geräte, aber immer auch mit Windows natürlich zu tun. Man kommt ja auch nicht so wirklich drum herum, vor allen Dingen, wenn man Informatiker ist und ja im Bekanntenkreis viele Windows-Nutzer hat, dann muss man ja auch irgendwie was davon wissen und irgendwie was davon verstehen. Ich habe hier auch selber so ein Gerät, so ein Microsoft Surface, so ein Tablet von Microsoft. Also ich lasse hier mal aufklappe, also ein Tablet-Computer. Da läuft jetzt Windows 11 drauf und darum soll es auch gehen, nämlich um Windows 11. Das, warum ich Windows-Fan bin, möchte ich euch hier mal zeigen. Denn Windows ist, bei Microsoft, sind wirklich die absoluten Helden der Kompatibilität. Das muss man mal so sagen. Ich zeige euch hier was. Das hier, was ihr hier seht, ist Windows 11. Ganz normales Windows 11. Wenn ihr mal so guckt, da steht Windows 11 und ihr habt auch dieses neue Startmenü und sowas alles. Und ja, nichts Besonderes dran an diesem Windows 11. Aber Windows 11 kann natürlich diese ganzen modernen Anwendungen laufen lassen, aber auch die ganz alten. Und das möchte ich euch hier mal gerade zeigen. Ihr seht nämlich hier jetzt auf der linken Seite lauter Icons. Die sehen so ein bisschen altmodisch aus. Und die habe ich kopiert von der Windows 95 Installations-CD. Da habe ich ein paar Programme runterkopiert. Und das gucken wir uns mal jetzt an, wie diese Programme eigentlich aussehen. Fangen wir mal mit diesem ganz oben in der Ecke an. Dann kommt dieses Windows 95. Das kam damals, wenn man die Windows 95 CD reinlegte, dieses Bildchen. Das funktioniert also noch. Ein anderes Programm zeigt dieses Welcome to Windows 95 an und den großen Hinweis, nämlich die große Neuerung von Windows 95, dass man das Startmenü klicken muss, wenn man seine Programme sucht. Das war ja vorher noch anders bei Windows 3.11. Gucken wir uns die weiteren Programme an. Notepad. Der Notepad von Windows 95 funktioniert auch immer noch. Sieht eigentlich aus wie der heutige Notepad, nur die Schrift ist eine andere geworden. Notepad hat sich nicht so viel getan bisher. Der Soundrecorder funktioniert auch immer noch. Und wenn man mal die Properties anguckt, kann man sich hier bei einer Sounddatei auswählen, in welchem Format man die speichern möchte. Und man sieht, wer ist wirklich der alte Soundrecorder, denn von MP3 oder irgendwelchen anderen modernen Formaten steht hier noch nichts drin. Die gab es ja 1995 auch noch gar nicht mit Windows 95. Der nimmt sogar Sounds auf. Der Recorder funktioniert also tatsächlich immer noch. Was haben wir denn da noch? Wir haben hier zum Beispiel das Spiel Hover. Und das sagt uns jetzt als erstes mal, es bräuchte eine Grafikkarte mit 256 Farben. Naja, die Fehlermeldung ist vielleicht ein bisschen eigentümlich, aber das funktioniert. Also ich kann das jetzt mit F2 tatsächlich starten und da auch tatsächlich herumfahren. Ich bin aber bei Spielen absolut eröffnungslos. Und das Ruckeln liegt hier an dem Screencasting, was ich gemacht habe. Das läuft also sehr, sehr flüssig, dieses Spiel. Nicht so hakelig, wie das hier aussieht. Warum ist das interessant? Warum zeige ich euch das? Diese Programme sind von 1995 und ich habe einfach nur das eigentliche Programm, also die EXE-Datei, gestartet. Manchmal musste ich mir noch eine DLL-Datei dazu suchen, wie das bei Windows 95 so ist oder bei Windows überhaupt, auch heute natürlich noch. Aber dann funktionierten die. Es funktionieren nicht alle. Also manche Sachen auf der Windows 95 Installations-CD, vor allen Dingen, wenn die sehr systemnah sind, funktionieren nicht. Aber viele Programme funktionieren eben doch. Und auch wenn ich mir jetzt eine CD besorgen würde, wie sie damals auf diesen Computerzeitschriften immer drauf war. Damals war es ganz üblich, wenn man in den Kiosk ging, holte sich eine Computerzeitschrift, dann war da eine CD vorne mit drauf mit der neuesten Shareware. Man hatte ja noch nicht die Internetverbindungen, Internetzugänge, wo man sich das runterladen konnte. Das heißt, viele haben sich die freie oder auch nicht freie Software, wo man dann eine Shareware-Version hatte, die man eine Zeit lang benutzen konnte, auf diese Weise halt zugelegt. Ja, wenn ich mir so eine CD besorge und da ist Software drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die heute tatsächlich noch läuft. Wenn ich jetzt so eine CD für Macintosh-Programme hätte, wäre das auch so? Nein, wäre nicht so. Und zwar überhaupt nicht. Denn was hat Apple gemacht? Apple ist bekannt dafür, im Gegensatz zu Microsoft, alte Zöpfe abzuschneiden, wie immer so schön gesagt wird. Sprich, ältere Technologie auch einfach komplett rauszuwerfen. Was hat das für Folgen? Warum geht das nicht, die alte Software? Nun, vor gar nicht so langer Zeit hat Apple entschieden, dass 32-Bit-Software nicht mehr läuft auf dem aktuellen Betriebssystem. Das wird so im Vorfeld gewesen sein, der Umstellung auf diese M1-CPUs. Also M1-CPUs, die von Apple, diese neuen Prozessoren, die können ja auch oder beziehungsweise zusammen mit dem Betriebssystem kann man darauf auch für Intel-Prozessoren optimierte oder programmierte Software laufen lassen. Aber keine 32-Bit-Software, sondern nur 64-Bit-Software. Deswegen geht es also schon mal nicht. Wenn sie das nicht gemacht hätten, ginge es dann? Nein. Denn das Programm von 1995, das wäre gar nicht für Intel-Prozessoren programmiert gewesen oder kompiliert gewesen, sondern es wäre für die vorherige Prozessor-Architektur, die Apple benutzt hat, nämlich die Power-PC-Architektur, kompiliert gewesen. Das heißt, ich könnte das sowieso so nicht laufen lassen. Eine Zeit lang konnte man für Power-PC programmierte Software auf dem Windows 10 für Intel laufen lassen. Aber das geht schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dieser Support ist schon seit vielen Jahren verschwunden. Das klappt also so nicht. Wenn das nicht wäre, ginge es dann vielleicht? Nein. Denn so ums Jahr 2000 drum muss es gewesen sein, hat Apple ein neues Betriebssystem auf den Markt gebracht. Und das ist das Betriebssystem, was es im Prinzip auch heute noch gibt. Das hieß damals macOS 10, macOS X geschrieben. Und bis vor gar nicht langer Zeit war dieser 10 immer noch die aktuelle Version. Jetzt hat man es auf 11 hochgeschoben, so wie Microsoft ja auch. Das laufen häufig so parallel, immer erstaunlich. Aber das ist immer noch das gleiche Betriebssystem, ein auf Unix basierendes Dateisystem. Und vorher hatten sie ein anderes. Und eine Software, die 1995 rauskam, die war natürlich für dieses Betriebssystem oder diese Reihe von Betriebssystemen geeignet. Das heißt, Apple hat währenddessen Zöpfe über Zöpfe abgeschnitten. Und bei Microsoft läuft das tatsächlich noch. Das heißt, ich kann tatsächlich Software laufen lassen, die mittlerweile über 25 Jahre alt ist. Ohne größere Probleme. Es läuft nicht alles, aber es läuft vieles. Und das ist das, was bei Microsoft, finde ich, so herausragend ist, dass das tatsächlich noch geht. Es ist die große Kompatibilität. Bei Apple gibt es die nicht. Und wer sich mit dem Linux-Bereich auskennt, der weiß, dass man auch auf keinen Fall Binary-Dateien von 1995 einfach laufen lassen kann. Und selbst wenn man den Code von 1995 hat und wollte ihn neu kompilieren, hätte man große, große Schwierigkeiten. Nämlich bei Unix und Linux gibt es ja diese vielen Bibliotheksabhängigkeiten. Und die machen es einem nicht einfach, das heute noch laufen zu lassen. Es mag möglich sein mit ganz, ganz, ganz viel Anstrengung, aber es wird sehr schwer, das zu tun. Und bei Microsoft ist vieles von dem immer noch drin. Man muss übrigens gar nicht so auf so alte CDs gucken oder so, sondern man kann auch in Windows selbst, in Windows 11 selbst Relikte der vorherigen Windows-Version finden. Also quasi eine Zeitreise innerhalb von Windows 11 machen. Und das möchte ich mit euch jetzt mal gerade machen. Das ist, finde ich, ganz faszinierend. Nämlich mit den Programmen, die bei Windows 11 mitkommen. Und zwar mit denen, die sich im Systemverzeichnis verstecken. Wenn ihr auf die Platte mal drauf guckt, da habt ihr Ortwerk C, Windows, dann ein Ordner System 32. Und da sind sehr viele ausführbare Dateien drin. Die meisten bewirken, wenn man die so startet, nichts Besonderes. Aber einige sind sehr interessant und die möchte ich euch zeigen. Mit denen möchte ich mich hier mal beschäftigen. Man kann da nämlich häufig Relikte früherer Windows-Versionen drin finden. Gucken wir mal. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Und wir fangen mal an mit dieser hier, Dialer. Was passiert dann? Wenn man die startet, dann öffnet sich, nachdem man eine Fehlermeldung wegklicken muss, die einem sagt, dass man kein Modem installiert hat. Meistens ist das wahrscheinlich so. Ich glaube, kaum einer von euch hat ein wirkliches altes Modem installiert. Hat man dieses Programm, mit dem kann man das Modem eine Telefonnummer wählen lassen. Und dann kann man den Hörer abnehmen und dann sprechen. Also eigentlich sehr veraltetes Programm. Das ist in Windows 11 immer noch drin. Und es war schon in Windows 95 drin, wie ihr hier seht. Und es ist genau das gleiche Programm. Es hat sich überhaupt nichts geändert an der Optik zumindest dieses Programms. Das nächste. Gucken wir mal. Was haben wir da? DVD hieß das. Und was wir jetzt hier sehen, ist der alte Windows Media Player, der auch in Windows 11 immer noch drin ist. Und diese Optik, die ihr hier seht, diese, ja, so weiß ich auch nicht, wie man das eigentlich nennen sollte. Glasartige Optik. Die hatte Microsoft bei Windows Vista im Jahre 2007. Und wenn ihr hier rechts mal guckt, was ist das eigentlich da? Das sieht aus wie ein aufgeblasener iPod. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie ein MP3-Player dieser damaligen Zeit. Solche Geräte gibt es ja in dieser Art so gar nicht mehr. Oder sagen wir mal, sie sind nicht mehr unbedingt das allerverbreitetste. Schauen wir weiter. Was für Software haben wir hier noch, die man sich vielleicht mal angucken kann? FX Cover. So, was wir hier sehen, aha, Fax-Deckblatt-Editor. Also Faxe verschicken. Also genauso altmodisch wie die Sache mit dem Modemalen. Und wir sehen hier diese Icons, dieses Datei öffnen, speichern. Das sind Icons von Windows 95. Und selbst bei Windows 3.11 sahen die einigermaßen ähnlich aus. Aber in dieser Form sind sie mit Windows 95 rausgekommen. Wenn wir jetzt hier mal auf Öffnen klicken, dann sehen wir so einen Windows 11 Datei öffnen Dialog. Nichts besonderes dran. Aber wenn wir auf Speichern klicken, kriegen wir erst eine Fehlermeldung. Die klicken wir mal weg. Und dann kriegen wir einen Speichern Dialog. So ein Speichernfenster. Guckt mal links mit so diesen Favoriten da. Und oben rechts sind so ein paar Icons, die man so klicken kann, wo man das verstellen kann. Das ist die Optik, beziehungsweise nicht genau die Optik, aber das Fenster selber mit seiner Anordnung und seiner Funktionalität ist von Windows XP. Und Windows XP ist auch von Anfang der 2000er. Was haben wir noch? Wir haben hier ein Programm, das eindeutig aus Windows 7 kommt, von der ganzen Optik, von den Icons, von den Farbverläufen da drin. Das nächste Programm, was wir uns angucken. Remote Verbindungen. Und wenn ihr euch da mal anguckt, das Icon hier oben in der Ecke, das ist so von der Optik her Windows Vista. Da waren viele so Icons, die so sehr ein bisschen überkandidelt waren, mit so vielen Glanzeffekten und sowas. Auch dieses Icon da für den Lautsprecher oder sowas ist eindeutig aus der Zeit von Windows Vista. Und aus der Zeit wird auch das Programm kommen. Das ist bestimmt mal aktualisiert worden, aber die Optik oder in der Optik findet sich vieles wieder. Dieses hier ist das Kurioseste bei dem Ganzen. Da hat es was mit Datenbanken zu tun. Und das ist offensichtlich eine sehr alte Technologie. Denn ich klicke hier mal so ein bisschen rum, klicke mich mal so da durch. Das hier selber sieht so, naja, auch ein bisschen altmodisch aus. Aber jetzt wird es ganz komisch. Jetzt klicke ich hier auf Verzeichnis auswählen. Jetzt kommt eine Dateiauswahlbox. Die ist von Windows 3 11 oder Windows 3 überhaupt. Von Anfang der 90er Jahre. Ihr seht hier auf der rechten Seite könnt ihr euch den Ordner ausdrücken. Und das ist so richtig auf Systemebene mit C und sowas. Alles gar nicht, wie das heute ist. Mit Desktop und eigene Dateien und Bilder und sowas. Von der linken Seite sind die Dateien und unten kann ich da noch die Laufwerke so auswählen. Aus einer ganz anderen Zeit. Nämlich eben aus dieser Windows 3 Zeit. Und damals sah das so aus. Das ist genau das Gleiche. Wenn ihr euch das mal anguckt, das ist genau dieser, dieses Fenster, was man einfach genau so heute noch in Windows 11 sehen kann. Über 30 Jahre später hat sich das immer noch, kann man das immer noch da drin finden. Quick Assist ist aus einer ganz anderen Ära. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, wie das aussieht, mit diesen Icons da, diesen ganz einfachen gezeichneten Icons in Blau. Und dann diese Buttons, die einfach sehr simpel gezeichnete Buttons sind. Das ist aus der Zeit von Windows 8. Windows 10 hat diese Optik eigentlich wieder, sagen wir mal, etwas abgemildert zumindest. Aber hier ist es noch in seiner richtigen Starkheit oder richtigen Stärke drin. Dieses einfache Design von Windows 8. Gucken wir weiter. Was haben wir hier noch? Hier ist wieder mal was fürs Faxen. Aber damit kann man auch scannen mit diesem Programm. Also Windows 11 hat ein Programm zum Scannen dabei. Wenn ihr einen Scanner habt, könnt ihr das zum Beispiel nutzen. Das ist ein sehr simples Programm. Und was haben wir jetzt hier drin? Wir haben mal wieder, naja, erstmal diese Leiste da. Die sieht so ein bisschen aus wie Windows 11. Aber nein, wie Windows Vista. Aber dieser Speichern-Dialog hier, der hat jetzt nicht, der sieht nicht aus wie Windows 11. Er sieht auch nicht aus wie Windows XP mit diesen Favoriten an der Seite. Sondern der sieht genauso aus wie Windows 95. Und das seht ihr hier. Also diese Aufteilung des Bildes kommt von Windows 95. Also das ist doch mal wirklich erstaunlich. Diese paar Programme, die wir jetzt hier durchgegangen sind. Und was haben wir alles gesehen? Wir haben Optiken gesehen von fast jeder Windows-Version von Anfang der 90er Jahre. Wir hatten Design-Elemente, nämlich dieses Öffnen-Fenster oder Speichern-Fenster, ich weiß gar nicht mehr genau, was es in diesem Fall war, von Windows 3. Wir hatten Elemente von Windows 95, 98 und so sahen dann sehr ähnlich aus. Kann man kaum Unterschiede feststellen. Wir hatten was von Windows XP. Wir hatten etwas von Windows Vista. Wir hatten etwas von Windows 7. Wir hatten was von Windows 8. Gut, Windows 10 und Windows 11 sehen sich sowieso sehr ähnlich. Von daher kann man da die Unterscheidungen jetzt gar nicht so richtig gut machen. Also ihr seht, selbst in diesen paar Programmchen die ganze Windows-Geschichte vereint. Und ich möchte das an einer anderen Stelle mal noch zeigen, nämlich da, wo man Icons findet. Also man kann ja eine Verknüpfung machen bei Windows irgendwo auf dem Desktop oder so zu irgendeinem Programm oder auch zu einem Ordner und kann dann das Icon ändern. Und naja, da kann man jetzt Icon-Dateien irgendwo haben. Man kann aber auch Programme oder DLL-Dateien angeben. Und wenn man da die Shell 32 DLL nimmt, dann ist das die, die die Icons enthält, die vom Betriebssystem so gebraucht werden. Das heißt, da findet man so Explorer-Icons, Ordner-Icons, alle solche Dinge findet man in dieser Datei. Das ist halt das Betriebssystem selber. Und wenn ihr da mal schaut, dann seht ihr da selbst schon eine große Zeitreise. Dieses Rote hier unten, das ist das Beenden von Windows XP. Dieses Icon hier, das sieht aus wie in Windows 2000. Da war das mal so üblich, dass man diese Ordner-Icons hatte und die hatten aber so einen leichten Helligkeitsverlauf, der so gesprenkelt dargestellt wurde, wie das hier ist. Das Icon rechts daneben mit dem Drucker drauf oder auch dieses hier unten mit dem Hammer und dem Werkzeug drauf. Das ist eindeutig aus Windows 95. Auch dieser Baum hier könnte sehr gut aus der Zeit von Windows 95 stammen. So zumindest vom Design her sieht er so aus. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch alles? Ich kann gar nicht auf alle Icons eingehen, aber wir haben vieles aus ganz, ganz vielen verschiedenen Zeiten. Hier dieses hier, das ist wieder ein Icon eindeutig aus Windows 95. Die daneben, diese beiden Icons, die sind aus Windows 2000, aus dem Jahre 2000. Und das kann man sich auch gut klar machen, weil wenn man mal überlegt, was ist denn da dargestellt? Da ist ja dargestellt ein alter Röhrenmonitor, so ein CRT-Monitor, mit der so wuchtig war und diesen großen, da man meistens hellen Rand hatte. Die anderen Icons, die man da auch sieht, die sehen ja gar nicht so aus. Die zeigen ja so einen ganz modernen Flachbildschirm. Und das passt ja auch natürlich auch viel besser zu Windows 11 als so ein Röhrenmonitor. Wo hat man denn den heute noch? Diese beiden Papierkörbe hier rechts, die sind auch so aus dieser Zeit. Schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Was haben wir noch Interessantes? Da sind ein paar Sachen drin, die kommen mir auch sehr altmodisch vor. Und hier zum Beispiel dieses Icon mit dem Pinsel, der da auf dem Bildschirm zeigt. Da sieht man zwar einen Flachbildschirm, aber so einen alten Flachbildschirm, so einen kleinen und irgendwie mit so einem großen Fuß. Das ist ein Icon, das kommt aus Windows XP. Das konnte man, wer Windows XP kennt, der kennt das aus der Systemsteuerung. Ihr seht also, in diesen DLL-Dateien bei Windows versteckt sich viel Design von früheren Windows-Versionen. In den mitgelieferten Programmen versteckt sich viel Design aus früheren Versionen. Microsoft ist also unglaublich inkonsistent in seinem User Interface. Das ist, ja, muss einem nicht unbedingt negativ auffallen. Ist halt so. Ich glaube, jeder, der Windows kennt und Windows-Programme kennt, der hat sich wahrscheinlich dran gewöhnt und dem fällt das gar nicht so weiter auf. Aber Microsoft ist dadurch halt auch sehr kompatibel, weil halt viele der ganzen Schnittstellen von damals immer noch vorhanden sind und immer noch genutzt werden können. Also, Fan von Windows? Ja, gerade wegen dieser Inkonsistenz und wegen dieser Kompatibilität. Wenn man was aus einem Guss haben will, ist man bei Microsoft wahrscheinlich nicht so richtig gut bedient. Da holt man sich dann besser so ein, jetzt auch schon älteres Gerät, ein iPad ist das hier und da ist alles aus einem Guss. Aber, ja, alte Sachen drauf laufen lassen, müssten ja im App-Store sein. APIs sind nicht mehr vorhanden. Freisachen drauf installieren. Man spricht nicht umsonst vom goldenen Käfig bei solchen Geräten. Also, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich dachte, ich zeige euch das mal und mache mal mit euch eine kleine Zeitreise in Windows 11 durch die Windows-Geschichte. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut euch doch gerne die anderen Videos an, die ich so gemacht habe. Vielleicht über die Computergeschichte oder über User-Interface-Design. Und wenn euch das nicht gefallen hat, dann guckt euch was anderes an. Gibt auch andere schöne Sachen bei YouTube. Bis zum nächsten Mal.